Oh, oh, oh. Das ist aber ein schicker Creeper. So ist er auch immer in Minecraft. Oh, warte mal, das sind Minen. Warte mal. Der explodiert bestimmt. Ich wusste, dass er explodiert. Und einen guten Tag wünsche ich euch und willkommen mit Palut zusammen. Zu einer weiteren Folge Happy Wheels. Viele haben sich das bei der letzten Folge gewünscht. Die kamen enorm gut an. Die sagten so, ey, mach bitte mehr. Ich werde jetzt nicht so oft Happy Wheels machen. Ab und zu mal, wenn ich vielleicht Lust habe. Aber heute gibt es ein Special für euch. Nämlich ein Happy Wheels Minecraft Special. Und das gibt es direkt in zwei Folgen. Die erste Folge seht ihr hier. Die zweite Folge seht ihr bei Paluden. Und in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, was so in Minecraft Happy Wheels möglich ist. Und wir fangen an mit dem Minecraft Chris. Ob wir da gut sind? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben extra uns das nicht angeguckt. Und wir haben so ein bisschen... Zumindest ich habe Angst, mich mit meinem Wissen ein wenig zu blamieren. Ja, ja, habe ich auch ein bisschen. So. Welcome to Minecraft Chris. Oh Gott, man kann noch schlechter... What is the character you start out as? Steve. Ja, auf jeden Fall. Steve or Johnny. Ach, oh Johnny. Nein, nein, nein. Und du musst gleich Steuerung drücken, weil sonst brechen dir die Beine weg. Steuerung. Genau, so und jetzt musst du einmal springen. Schön leer, Tasse. So genau, weil da ist immer so ein... Oh, ja okay, da war ich schon der erste. Trotzdem, Alter. Okay, good job. What pickaxe can mine iron? Äh, stone. Stone, ja. Nein, nur stone. Kennt man doch von Skyblock PvP. Oh. Wo ist es? Aua. Irgendwie du hast doch Steuerung drückt, oder? Ich habe Obsidian falsch getroffen. So, ja, jetzt haben wir keine Beine mehr. Das ist natürlich nie so toll. Are you getting good? What's the only pickaxe that can mine Obsidian? Diamond. Obsidian pick, obtained from dungeons, or diamond. Es gibt doch keine Obsidian pickaxe, oder? Nein. Vielleicht vor allem sagen, oh, oh, was ist denn jetzt hier los? Ja, vielleicht durch so ein neues Update hätte ich auch sein können. Oh, ja, aber diese kann man die Beine nicht mehr brechen. Ne, ne, wir haben auch keine mehr. How do you make a Nether portal? Ah, das Callstone, das Obsidian und das ist so, ah, okay. Ja. Alles falsch. Oh, warte. Warte. Alles falsch, weil die Eckpunkte braucht man nicht. Ja, aber das reichen zwei oben und zwei unten eigentlich. Dann ist ja die Mitte. Ja, die Mitte ist das Einzige, was funktionieren würde. Aber das braucht man nicht. Kann es sein, dass du mit dem Typen gerade über deine eigenen abgeschnittenen Beine gefahren bist? Ja, aber wir haben den Victory gesnackt. So, ich würde sagen, nächste Folge macht der Paluten und das war schon mal ein guter Einstieg. Uh, dann höre ich dich ja kaum. Ist egal, du machst viel. Okay. Oh, oh, oh. Das ist aber ein schicker Creeper. So ist er auch immer in Minecraft. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das sind Minen. Warte mal. Der explodiert bestimmt. Oh. Ich wusste, dass er explodiert. Ja, ich habe die Mini ja auch gesehen, nur ich dachte, er kann da irgendwie elegant da drüber. Warte. Ja, kein Problem. Oh. Okay, warte. Mein Name ist Plasmapurus. Plasmapurus. Wie Plasmapurus. Ja, ja. Ruhm. O.T. Vorsicht. Kein Problem. Alter, was geht hier? Aber cool gemacht. Ja, wir versuchen jetzt gerade einfach mal nicht zu sterben. Was geht hier? Was ist das? Nicoläuse? Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, vor allem die Position, wie sie da liegen. Aber nur gut. Weißt du, die können da ja ruhig ihr Ding machen. Das war ein bisschen aus wie ein Pilzbium. Was steht da? Be careful. Oh nein, dein Sohn. Nein, Timmy. Warte, vielleicht können wir ihn noch retten. Warte. Nein, lass es lieber. Ich gebe ihm den Gnadenstoß. Bam. Oh nein. Ja, der hat immer Hausaufgaben nicht gemacht. Der Arsch. So. Oh. Soll ich das mit? Das war ja easy going. Oh yeah. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Vielleicht kommen da Zombies und so. Aber dann nehme ich natürlich meinen besten Freund, den Fahrradfahrer. Oh, oh, oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Timmy, nein. 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 Ach, was war das denn jetzt? Du musst hier die Links-Rechts-Taktik anwenden. Ja. Oh. Oh, sehr gut. Okay, okay, okay. Boss-Battle. Oh mein Gott, zurück. Hä? Ey, was ist denn das für ein Creeper? Oh. 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 Oh, da vorne ist schon der Victory. Komm schon. Da muss ich jetzt rüberfliegen, ne? Nee, du kriegst leider so wenig Airtime. Wenn du nur so fährst, dann geht das... Aber ich hänge ganz sonst fest. Das krieg ich, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Ah, gib einfach Stulle. Oh. Oh, what? Was? Was ist da passiert? Was war da denn los? Oh, ey, ich mach jetzt im Speed-Durchlauf. Wieso bist du... Hä, Leute, war da ne Mine? Nein, der Typ ist der... Der eine ist explodiert. Egal, ich fliege jetzt Vollgas-Modus. Boss-Battle. Okay, und... Vollgas. Ja, ja, ja. Komm, rüber da. Ja. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein, das ist der Tor nicht umgefallen. Vor allem, normalerweise ist es ja immer so eine Buddha-Birne. Sein Kopf splasht immer weg. Aber nicht bei mir. Alter, komm ich da hoch? Doch, komm mal hoch, oder? Ja, reintreten. Die Möglichkeit besteht... Ich kann auch einfach dagegen rammen, oder? Ja, du kannst es hier einfach ganz relax hier. Wenn du einfach nochmal den Körper vom Typen gesplasht hast. Bisschen splasht. Ja, und? Ja, warte, nee, nicht zu... Jawoll. Nice. Minecraft-Run. Mal gucken. Mal anschauen, bisschen laufen. Du hast erstmal ein schöner Kopf. Was geht hier ab? Oh, 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 oh. Ey, wir sind so schnell. Ich habe Angst, jetzt irgendwo zu... Oh, what? Was war da denn los? Hä? Moment mal, ey. Mal kurz hier. Nochmal kurz. Oh Gott. Und schon. Vorsichtig. Nein! Du hast es geschafft. Easy going. Ein letztes Level. Ein letztes Level suchen wir uns noch aus, Leute. Wir brauchen mal ein so richtig... Ein richtiges... Ein richtiges... Ein richtiges Mine-Kraft-Level brauchen wir. Ja, weil wir sind echt ja leider so ein bisschen auf die Level-Ersteller angewiesen. Das hat so viele Sterne. Minecraft-ST. Ne, mach das mal. Das hat auch 15.000 Klicks. Das hat... Das ist jetzt die... Oh! Das sieht doch gut aus. Ach, so Sword. Ja, du bist ein Sword-Throw. Genau. Egal, aber wenn er so viele Klicks hat, dann muss irgendwas Geiles passieren. Das ist unser letztes Level, Leute. Das war schon fast gut. Er war elegant, auf jeden Fall. Das sah irgendwie aus wie eben. Alter! Ich habe ein Déjà-vu. Oh, gut. Jetzt bin ich gespannt. Das ist schön. Oh! Zaaack! Gekonnt, oder? Oh! 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 Oh, wie konnte er das denn gerade überleben? Aber da oben, irgendwie die Leute, die da hinten sind, die kriege ich irgendwie nicht. Ne, die sind auch extrem schwer. Die Tuse ist ein bisschen problematisch. Der schreit die ganze Zeit. Der macht die ganze Zeit... Okay, ich versuche einmal die Tuse zu treffen, okay? Jetzt habe ich direkt zwei Schwerte. Oh, das ist eigentlich ein guter Move, oder? Erstmal alle Schwerte wegwerfen. Double K-O. Warte, ich versuche das jetzt auch mal auf die professionelle Art und Weise. Ich nehme mir ein Schwert und versuche das Schwert mit den Schwertern die anderen zu werfen. Bäm. Aber ich glaube, Timmy ist der Schlüssel zum Sieg. Ich glaube, der muss einfach nur runterfallen. Der muss runterfallen? Ja, es gibt dann immer einen und dann gibt es einen Friggen Victory. Ich glaube, Timmy muss da oben einfach mal runter. Da muss jetzt einen richtig eleganten Wurf. So, jetzt fall doch mal runter. Ja, er ist unten. Ja, kein Victory. Normalerweise hinten links ist der immer der, der den Victory verspricht. Die Sword Throws sind wirklich, die sind auch nicht meine Spezialität. Nee. Die sind immer echt ziemlich bitter. Uah! 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 Ja. 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 Es muss echt die Frau sein. Entweder. Entweder. Es gibt. Sie können aber das auch so machen, dass es gar keinen Victory gibt. Aber wo hast du fünf Sterne und so 50.000 Spiele? Da verstehe ich nun wirklich nicht, tu mir leid. Oh! Ah, fast. Oh, oh, heuch heuch heuch. Oh, oh. Ich habe so ein bisschen Angst um dein Leben. Ach, geh, pass auf. Genau, genau, mit dem Opa. Mit dem Typen da. Komm schon! Nimm dir ein Schwert. Er kommt nicht mehr dran. Das ist auch kacke, wenn man nicht an das Schwert rankommt, oder? Ja, du musst dann irgendwie ein bisschen loslassen. Lass mal komplett los. Ja genau, dann lässt er nämlich seine Arme so ein bisschen los. Oh! Die ist einfach indestructible. Ach komm, bitte! Oh, das sah schon gut aus. Oh, oh! Wäre nicht im Weg gewesen, wäre nicht im Weg gewesen, wäre das gut aus. Warte, warte. Oh, nein. Waren wir doch mal hier. Komm schon. Naja, ist zu kurz. Irgendwie diese... Ja! Nein! Oh, what? Oh, what? Aber du machst es schon viel besser als ich. Ja, guck mal, war geplant, den jetzt erstmal zu treffen. Jetzt wird es aber wirklich ein bisschen... Er hat irgendwie seine Hand da unten. Junge, du sollst nicht hier, ne? Oh, jetzt haben wir vielleicht zwei. Warte. Eins, zwei... Oh, nein! Bist du tot? Bist du tot? Bist du... Er ist irgendwie gestorben. Die ganze Zeit. Ach komm schon. Hörst du eben, die war so knapp an der Frau. Ja, aber die ist einfach richtig... Ja! Ja! Alter! Alter, alle, aber alle, aber... Aber warte mal, noch Timmy. Hol noch Timmy. Ah, okay, warte. Hol noch Timmy. Da haben wir aber... Egal, da haben wir alle. Kommst du noch eins dran? Kommst du noch eins schwer dran? Komm schon, gib alles, gib alles. Nein! Nein! Warte, wir haben es aber wieder bekommen. Warte. Komm. Nein! Wenn du jetzt noch Tim erwischt. Nein! Nein! Warte mal... Das letztliche kriegst du nicht. Du kannst ja schon mal die Lehren des Lebens... Genau. Die Lehre des Lebens ist folgende. Egal, wie lange du etwas versuchst. Im Endeffekt stellst du raus, das war total umsonst. Also das Lernen will raus. Mach einfach nichts. Versuch's erst gar nicht. Versuch's erst gar nicht. Mach einfach nichts. Ich weiß noch nicht, was er da jetzt gerade macht. Er hat seine Finger so irgendwie... Er kommt da auch nicht mehr hoch. Bro! Sieht gut aus, sieht gut aus. Auf jeden Fall. Aber was auf jeden Fall hilft und was ihr auf jeden Fall in eurem Leben viel euch weiterbringt, das kann ich euch versprechen. Wenn ihr dem Video eine Bewertung gebt, das bringt euch einfach mit meinem Leben weiter. Auf jeden Fall. Und was euch auch weiterbringt ist, wenn ihr jetzt in die Beschreibung guckt, denn bei Paluten gibt's die nächste Folge, da spielen wir wieder Minecraft Level. Und schaut doch da vorbei. Und wenn ihr von mir jetzt sagt, ey, oh, das wird ne zweite Folge Bock und ich will bei Paluten vorbei schauen, dann schreibt auf jeden Fall die Kommentare. Schöne Grüße vom Simon. Das würde ich gerne mal feiern. Und ja Leute, das war's dann von der heutigen Folge Happy Wheels. Heute Abend könnt ihr euch noch aussuchen, was kommt. Vielleicht gibt's eine Folge Arena, wenn ihr Bock habt. Vielleicht auch was anderes. Ender Games. Könnt ihr entscheiden. Wir sehen uns dann später. Haut rein. Und du schaffst dich, ne? Nee. Kannst du auch irgendwas cooles machen? Den Helm ausziehen? Nee, ich kann gar nichts mehr machen. Ich versuche hier nur... Der hat einfach zu kurze Ärmchen. Dann wink mal den Zuschauern. D�ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö